Die Triade Nalara schritt durch die schattigen Pfade ihres geliebten Waldes, ihre nackten Füße sanft über das Moos gleitend. Ihr langes, grünes Haar schwebte hinter ihr her wie ein lebendiger Schleier, und ihr Lächeln war so strahlend wie die Sonne, die durch das Blätterdach über ihr schien. Die Erinnerung an den vergangenen Tag brachte ein Funkeln in ihre Augen, als sie an den kleinen Goblin dachte, mit dem sie gespielt hatte. Seine freche Art und sein ungestümer Charme hatten ihr Herz berührt, und sie konnte nicht anders, als darüber zu lachen, wie er sich im Kreis gedreht und versucht hatte, sie zu fangen. Doch plötzlich wurde die friedliche Atmosphäre des Waldes durch einen lauten Kampflärm gestört, der durch die Bäume drang. Nalara hielt inne, ihr Lachen verstummte, und eine ungewohnte Sorge ergriff sie. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung, als sie sich fragte, was diese Störung bedeuten mochte und wer in Gefahr sein könnte. Mit einem entschlossenen Ausdruck auf ihrem Gesicht machte sich Nalara auf den Weg dem Klang des Kampfes entgegen, bereit, ihre geliebten Waldesbewohner zu beschützen und herauszufinden, was hinter diesem unheilvollen Lärm steckte. Fagrim erwachte aus seiner Ohnmacht durch einen stechenden Schmerz in seiner Magengrube. Es fühlte sich an, als wäre ein Goblin auf seinen Bauch gekracht. Mit einem lauten Stöhnen und einem Augenaufschlag fand er sich inmitten der Dunkelheit wieder, sein Körper pulsierte vor Schmerz. Seine Augen öffneten sich mühsam, während er versuchte, seine Umgebung zu erfassen. Durch das gedämpfte Licht, das von oben hereinfiel, konnte er die Umrisse eines Goblins erkennen, der auf ihm lag. Aufregung durchfloss seinen Körper. Mit seinen kräftigen Armen packte er die kleine grüne Gestalt. »Jetzt hab ich dich, du kleiner Deserteur. Ich werde aus dir eine kräftige Suppe kochen.« Der Goblin, überrascht von der plötzlichen Reaktion des Zwergs, zappelte und strampelte wild umher, während er versuchte, sich aus Fagrims Griff zu befreien. »Nein, nein, ich bin kein Deserteur. Lass mich los!«, kreischte er in panischer Angst. Tom und Mr. Chuchu, die den Aufprall ebenfalls gespürt hatten, eilten zu Fagrim und dem Goblin, um zu sehen, was vor sich ging. Als sie die Szene erblickten, waren sie entsetzt über Fagrims Reaktion auf den Goblin. »Hey, hey, Grimfurz, was ist hier los?«, rief Tom besorgt, während er versuchte, den Zwerg zu beruhigen und ihn davon abzuhalten, den Goblin weiter zu bedrohen. Mr. Chuchu sprang von Toms Schulter und landete geschickt auf Fagrims Brust, wo er versuchte, den Zwerg mit Beißen und Kratzen von dem Goblin fernzuhalten. Doch Fagrim war zu sehr von Schmerz und Wut erfüllt, um auf das Äffchen zu reagieren. »Du dummes Mistviech!«, brüllte Fagrim laut, immer noch den zappelten Goblin umklammernd. Als die ersten Affen in die Schlucht gesprungen kamen und sich auf Tom stürzten, der klappernd mit einem »Ah, nein, geht weg, ihr Biester!«, zu Boden fiel. Fagrim, immer noch den zappelnden Goblin umklammernd, spürte, wie sich die Lage zusehends verschlimmerte. Die Affen waren wild und aggressiv und es schien, als hätten sie es auf sie alle abgesehen. Mit einem lauten Fluchen versuchte Fagrim, sich gegen die Affen zur Wehr zu setzen, während er gleichzeitig den Goblin festhielt. Doch die Tiere waren zahlreich und schnell und es schien aussichtslos, sich gegen sie zu verteidigen. Doch sein stolzer Zwergengeist weigerte sich, der Bedrohung kampflos zu begegnen. Mit einem entschlossenen Grunzen zog er seine schwere Axt und stützte sich darauf, während er mit der anderen Hand den Goblin in einem eisernen Griff hielt. Sein Herz pochte wild in seiner Brust, sein Verstand von der Dringlichkeit des Moments erfüllt. »Los, Tom!«, knurrte er finster, sein Blick fest auf den Wald gerichtet. »Uh, lass es uns diesen Affen zeigen!« Mit einem wilden Brüllen erhob sich Fagrim trotz des stechenden Schmerzes in seinem gebrochenen Bein. Seine Muskeln bebten vor Anspannung, während er seine Axt fest umklammerte und sich dem bevorstehenden Kampf stellte. Die Horden von Affen sprangen über die Klippe, ihre grimmigen Gesichter von wildem Zorn verzerrt, bereit, über die vermeintlich schwachen herzufallen. Doch Fagrim Fireforge, der unnachgiebige Zwerg, war bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Mit einem kühnen Schritt nach vorn schwang er seine Axt in einem gewaltigen Bogen. Ihr scharfes Metall glitzerte im Licht des fahlen Mondes. Ein markerschütterndes Kriegsgebrüll entfuhr seiner Kehle, als er sich in den Kampf stürzte, die Gefahr mit ungezähmter Entschlossenheit bekämpfend. Die Affen stürzten auf ihn zu, ihre klauenbewehrten Hände nach ihm greifend. Doch Fagrim wich geschickt ihren Angriffen aus und schlug mit der Wucht eines wütenden Sturms zurück. Seine Axt fegte durch die Luft, zerschmetterte Schädel und zertrümmerte Knochen, während er sich mutig den feindlichen Horden entgegenstellte. Trotz des pochenden Schmerzes in seinem gebrochenen Bein ließ Fagrim sich nicht von seinem Kurs abbringen. Er wirbelte den kleinen Goblin wie einen Kriegsflegel um sich und schmetterte ihn in die Gesichter der Affen, während er seine Axt durch ihre Gedärme sausen ließ. Ein Affe, dessen Fell ein verfilztes Gewehr aus braun und schwarz war, sprang mit einer Reihe von Sprüngen auf den Zwerg zu, wobei sein Kiefer aufgerissen war und rein rasiermesserscharfer Zähne enthüllte. Fagrim, der seine Axt bereit hielt, wich dem ersten Angriff des Affen aus und konterte dann mit einem bösartigen Schwung mit dem Goblin, wobei das Krachen der Knochen des Goblins und des Affen zuhören war. Die Schmerzensschreie von Agro mischten sich mit denen des Affen und bevor der Affe wusste, was passiert war, schnitt Fagrims rasiermesserscharfe Axt durch seinen Hals und trennte ihn den Kopf vom Rumpf. Ein anderer Affe, dessen Augen mit bösartiger Wut glühten, stürzte sich von oben auf Fagrim, die Krallen wie einen tödlichen Krummsäbel ausgestreckt. Fagrim, der über messerscharfe Reflexe verfügte, schleuderte den Goblin in die tödlichen Krallen und konterte dann mit einem schnellen, tödlichen Schlag, bei dem sich seine Axt tief in den Schädel des Affen bohrte und ihn mit einem unangenehmen Knirschen zu Boden warf. Der Kampf trugte weiter, und die Affen stürzten sich mit einer Grausamkeit auf Fagrim, die die Entschlossenheit kleinerer Männer erschüttert hätte. Doch der Zwerg, dessen Wille aus dem Urgestein der Erde geschmiedet war, stand unnachgiebig da, seine Axt hob und senkte sich in einem tödlichen Rhythmus und schlug einen Affen nach dem anderen nieder. Seine Entschlossenheit und Wut trieben ihn vorwärts wie eine Naturgewalt. Der Wald, einst eine ruhige Lichtung, war nun ein Schlachtfeld, die Luft dick mit dem Gestank von Blut und Schweiß, das einzige Geräusch, das Klirren von Stahl auf Knochen, die Schreie der Affen und das donnernde Brüllen von Fagrims Kampfschrei. Als die Dunkelheit des Waldes sich langsam lichtete und die letzten Überreste der Affen in der Ferne verschwanden, ließ sich Fagrim erschöpft auf den Boden sinken. Sein Atem ging schwer, sein Körper von den Strapazen des Kampfes geschwächt, doch sein Geist war unerschütterlich, erfüllt von dem Wissen, dass er seinem Schicksal tapfer entgegengetreten war und als Sieger daraus hervorgegangen war. Als Fagrim auf dem Boden saß, um zu verschnaufen und die Folgen des Kampfes zu begutachten, bemerkte er, dass Tom und Mr. Chuchu ihn voller Bewunderung anstarrten. Tom ging auf Fagrim zu, mit einer Mischung aus Sorge und Respekt im Gesicht. »O Fagrim, du, du bist eine Bestie auf dem Schlachtfeld,«, sagte er und schüttelte erstaunt den Kopf. »Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viele Feinde mit solcher Grausamkeit zur Strecke bringt.« Fagrim grunzte und versuchte noch immer, das Adrenalin zu verarbeiten, das durch seine Adern floss. Er sah auf den Fleischklumpen hinunter, der einmal ein Goblin war und den er immer noch in der Hand hielt. »Ich glaube, er eignet sich jetzt besser als Hackbraten, als als Suppenfleisch.« Ein schwaches Lächeln auf seinen Lippen. »Jetzt haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Schade, dass diese Erfen nach Scheiße schmecken,«, sagte er, seine Stimme von Stolz durchdrungen. Tom nickte zustimmend und reichte Fagrim eine helfende Hand, um ihm auf die Beine zu helfen. Plötzlich erklang jedoch eine vertraute Stimme von oben. »Fagrim, lass Agro los.« Die Stimme gehörte niemand anderem als Blut-Axt-Girki, die furchtlose Goblin-Barberin, die nun mit gezogener Keule von dem Abhang der Brüschung herunterblickte. Ihr Gesicht war von Entschlossenheit geprägt, als sie den Zwerg und den Goblin ins Visier nahm. Fagrim hob den Blick, überrascht von Blut-Axts plötzlichem Auftauchen. »Oh, Blut-Axt! Möchtest du auch mit diesem kleinen Deserteur im Suppentopf landen?« Doch bevor er seine Frage beenden konnte, sprang Blut-Axt heißbrecherisch auf ihn herab, die Keule über dem Kopf erhoben. Mit einem wilden Kampfgebrüll flog sie auf Fagrim zu. Fagrim, der noch immer erschöpft vom vorherigen Kampf war, versuchte sich aufzurappeln, doch Blut-Axt war bereits über ihm. Mit einem schnellen Ausfallschritt wich Fagrim dem Angriff aus, während er seine eigene Axt hochschwang. Die beiden Waffen trafen mit einem lauten Krachen aufeinander. Holz splitterte in alle Richtungen. Ein Kampf auf Leben und Tod entbrannte zwischen den beiden, ihre Schläge prallten hart aufeinander. Jeder versuchte es, einen den anderen zu überwältigen, wurde von einem geschickten Ausweichmanöver oder einem gezielten Konter abgewehrt. Doch plötzlich, in einem Moment der Unachtsamkeit, gelang es Fagrim, einen entscheidenden Treffer zu landen. Mit einem kräftigen Hieb seiner Axt zerschmetterte er Blut-Axts-Verteidigung und brachte sie zu Boden. Ein Aufschrei der Überraschung und des Schmerzes entfuhr ihren Lippen, als sie spürte, wie sich die kalte Klinge der Axt an ihre Kehle presste. Ein Moment der Stille trat ein, während Fagrim und Blut-Axt einander regungslos gegenüberstanden, ihre Blicke sich fest ineinander verfangen. Fagrims Miene verzog sich zu einer fröhlichen, schämischen Fratze. Das Blut und der Schweiß auf seinem Gesicht und in seinem zottligen Bart ließen den Anblick noch viel grotesker wirken. Blut-Axt spürte, dass er jede Sekunde genoss. In diesem Moment jedoch, als die Spannung zwischen Fagrim und Blut-Axt auf ihrem Höhepunkt zu sein schien, erklang eine melodische Stimme aus den Tiefen des Waldes. Sie war sanft und doch kraftvoll, wie das Murmeln eines klaren Baches und sie durchdrang die Stille der Nacht mit einer beinahe überirdischen Schönheit. »Lasst ihn gehen,« sagte die Stimme, und aus den Schatten der Bäume trat eine Gestalt hervor, so schön und majestätisch das Fagrim und Blut-Axt gleichermaßen den Atem anhielten. Es war die Triade, jenes mystische Waldwesen, die Agro zuvor das Leben gerettet und den letzten Tag mit ihm verbracht hatte. Ihr langes grünes Haar weilte um sie herum wie ein lebendiger Vorhang, und ihre Augen glühten im sanften Licht des Mondes. Fagrim und Blut-Axt starrten die Triade sprachlos an, ihre Axt und Keule vergessen in ihren Händen. Selbst Agro, der immer noch wie ein geschundenes Stück Fleisch in Fagrims eisernen Griff lag, spürte die ungewöhnliche Ruhe, die von Alara ausging. Ein Hauch von Magie schien die Luft zu durchdringen, und die ganze Szene wirkte wie aus einem Märchen entsprungen. Oh, Fagrim! Begann die Triade sanft, ihren Blick auf den Zwerg gerichtet. Du bist ein tapferer Krieger, doch dein Herz ist von Wut und Zorn erfüllt. Finde Frieden in den Wäldern und möge die Weisheit der Natur dir Trost spenden. Die Worte der Triade halten in Fagrims Gedanken wieder, und für einen Moment spürte er eine seltsame Ruhe, die er seit langer Zeit nicht mehr verspürt hatte. Sein Griff um die Axt lockerte sich, und er ließ sie langsam zu Boden fallen. Bluthackst, die neben ihm stand, betrachtete die Szene mit einer Mischung aus Faszination und Misstrauen. Ihr Blick glitt zwischen Fagrim, der Triade und Agro hin und her, während sie versuchte, die Situation zu erfassen. Die Triade trat näher. Ihr Blick ruhte auf Agro, der noch immer gefangen gehalten wurde. »Ulasing, feier!« sagte sie sanft, ihre Stimme wie eine liebkosende Brise. »Er gehört nicht zu euch. Sein Schicksal liegt in meinen Händen.« Wut strömte durch Blutachsts Venen flammende, wildkochende Wut, als sie mit einem lauten »Hinein« die Drüde angriff. Mit einer unglaublichen Gewalt schlug sie ihre Keule gegen die Seite der Drüde, die mit einem lauten Krachen auftraf. Die Triade taumelte unter dem Schlag zurück, ihre zarten Blätter und Zweige zerbrechlich im Vergleich zu Blutachsts barbarischer Kraft. Doch selbst in ihrem Zustand strahlte sie eine erhabene Anmut aus, ihre Augen voller Mitgefühl und Verständnis. Fargrim starrte immer noch von dem Zauber der Triade gefangen fassungslos auf die Szene, die sich vor seinen Augen abspielte. Sein Herz schlug wild in seiner Brust und ein Gefühl der Ohnmacht überkam ihn, als er sah, wie die Triade unter Blutachsts brutalen Angriffen zusammenbrach. »O Blutachst, hör auf!« brüllte Tom, im Hintergrund seine Stimme voller Verzweiflung und Wut. Doch Blutachst schien taub für die Worte zu sein, ihr Gesicht verzerrt vor Zorn und Hass, während sie weiterhin unerbittlich auf die zerbrechliche Gestalt der Triade einschlug. Ein Gefühle der Hilflosigkeit durchströmte Fargrim, als er sah, wie die Triade sich in Grünismus auflöste, ihre einst so majestätische Erscheinung nun nur noch eine schmerzliche Erinnerung. Tränen stiegen ihm in die Augen, während er den Verlust des wundersamen Waldwesens betrauerte, das sein Leben so kurz berührt hatte. »Und nun zu dir?« brüllte Blutachst sich in einem Schwung zu Fargrim umdrehend, ihre Keule in der Drehung mit sich reißend, ihr Schlag taff, Fargrims Kopf präzise, der wie ein nasser Sack auf den Boden sackte. Das Äffchen Mr. Chuchu starrte mit offenem Mund auf die unerwartete Wendung der Ereignisse, während Tom mit ebenso weit aufgerissenen Augen fassungslos das Geschehen verfolgte. Sie konnten kaum glauben, was sich vor ihnen abspielte. Der Angriff auf die Triade und die darauf folgende Attacke auf Fargrim hatten die Gruppe in eine unvorhergesehene Tragödie gestürzt, die nun ihr unheilvolles Ende zu finden schien. Blutachst stand über dem bewusstlosen Fargrim, ihre Keule noch immer in der Hand, ein Ausdruck wilder Entschlossenheit auf ihrem Gesicht. Doch plötzlich, mit einem wilden Aufschrei, sprang Agro aus Fargrims Griff heraus und stürzte sich auf Blutachst. Er umarmte sie und küsste sie. Die überraschende Reaktion von Agro löste eine Welle der Verwirrung in der Gruppe aus. Tom und Mr. Chuchu starrten weiter mit offenem Mund auf die Szene, unfähig zu begreifen, was gerade passierte. Selbst Blutachst schien für einen Moment aus der Fassung gebracht zu sein, bevor sie Agro in ihre Arme zog, ihre eigenen Tränen der Erleichterung und Freude fließen ließ. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Schluchzte Blutachst, während sie Agro fest umarmte, als ob sie ihn nie wieder loslassen wollte. Ihre Worte waren voller Emotionen, eine Mischung aus Angst, Erleichterung und tiefer Zuneigung. Agro, dessen Körper eher an eine makabere Impression von Spaghetti Bolognese erinnerte, schluchzte in ihren Armen, sein linker Arm in einem seltsamen Winkel herabhängend, bevor er wieder in Ohnmacht fiel. Nach einer Weile löste Blutachst die Umarmung und richtete sich langsam auf, ihre Augen rot und geschwollen vor Tränen. Sie betrachtete Agros bewusstlosen Körper mit einem Ausdruck der Sorge und des Mitgefühls. Wir müssen ihm helfen, sagte sie schließlich mit einer Stimme, die von Emotionen brach. Tom kratzte sich an seinem Schädel. Nun, ich glaube, Manpu, von der Druade ist wohl keine Hilfe mehr zu erwarten. Ja, fett. Blutachst unterbrach ihn. Wir müssen ihn zurück zur Wache schaffen. Palaios ist ein Zauberer. Er wird ihn heilen können. Tom staunte. Ein Zauberer? Was? Wow, das ist ja der Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Blutachst nickte, während Tom mit seinem Redeschwall fortfuhr. Ja, das ist ja mega. Aber wie bringen wir sie in die Wache? Dein Bein sieht irgendwie merkwürdig aus. Vielleicht sollte sich das Palaios auch gleich mit ansehen. Und wer trägt den Zwerg? Vielleicht sollten wir den Wagen holen. Mann, was für eine Nacht. Blutachst unterbrach das Skelett. Oh, kurz Ruhe. Das Skelett schwieg und Blutachst holte tief Luft, ihre Gedanken sortierend. Also gut, ich warte hier. Du gehst zur Wache und holst den Wagen, oder besser gleich Palaios. Nimm Agro mit, oder besser. Nein, lass ihn bei mir. Tom nickte, seine Gedanken immer noch von der plötzlichen Wendung der Ereignisse überwältigt. Ja, ja, klau, murmelte er zustimmend, während er sich aufmachte, um die Wache und Palaios zu holen. Mr. Chuchu, der immer noch auf Toms Schulter saß, quietschte zustimmend, als ob er die Situation vollständig verstanden hätte. Er streckte eine kleine Hand aus und klopfte Tom auf die Schulter, bevor er sich wieder gemütlich auf seiner Position einrichtete. Brutachst saß neben dem bewusstlosen Fahrgrimm, ihre Augen ständig auf seinen regungslosen Körper gerichtet. Sie legte sanft eine Hand auf seine Schulter und murmelte leise, als ob sie mit ihm sprechen würde, obwohl er bewusstlos war. Ich werde dich umbringen, wenn du noch einmal mich oder Agro bedrohst. Dann überlegte sie und blickte den Zwerg intensiv an. Und deine Axt ist jetzt mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.